Schauen Sie sich um. Vorbach ist einmalig. Idyllische Landschaften, intaktes Sozialleben, viele aktive Vereine. Ich finde, dafür könnte man beneidet werden. Und dennoch müssen wir hart dafür arbeiten, dass das hier so bleibt. Das ganze Murktal ist im Umbruch. Die großen Industrien wandern ab, die Daseinsfürsorge wird zurückgefahren, Arbeitsplätze gehen verloren, und Menschen kehren ihrer Heimat den Rücken. Ich finde, wir müssen lauter werden für gute Arbeit, medizinische Versorgung, verlässliche Sicherheit sowie Betreuungs- und Bildungsangebote. Geld und Fördermittel fließen nicht die Murk herunter. Sie werden hart verteilt in Rastatt, Stuttgart und Berlin. Die Wahrheit ist einfach. Wen man dort nicht kennt, der bekommt sie auch nicht. Ich möchte mein Netzwerk nutzen, um Tourismus, Wirtschaftsförderung, Wohnungsbau, Digitalisierung und Projekte der Vereine voranzubringen. Nur den Haushalt verstehen reicht nicht. Man muss vor allem die Leute hier verstehen, die seit vielen Jahren Unglaubliches leisten. Ihr Engagement beeindruckt mich. Dieses Engagement muss ein Bürgermeister sehen, wertschätzen und wohlwollend fördern. Klar ist auch, das ist nicht einfach. Wer in Vorbach Bürgermeister werden will, braucht Ausdauer. Aber um alle mitzunehmen, lohnt es sich auch extra Runden zu drehen. Daher will ich die Bürgerschaft stärker beteiligen. In den kommenden acht Jahren werden in Vorbach Weichen gestellt. Die Herausforderungen sind groß. Ich weiß um die Verantwortung und möchte mich ihr stellen. Dafür biete ich Sie am 13.03. um Ihre Stimme und Unterstützung. Lassen Sie uns zusammen Vorbach voranbringen.